Die Grenzwerte müssen wir hinterfragen, aber es geht hier eine EU-Richtlinie, die den Mitgliedstaaten Spielraum gibt und entscheidend ist, wie gemessen wird. Und da haben die Anfragen der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten herausgebracht, dass in Deutschland falsch gemessen wird. Auch die Frankfurter Allgemeine hat es in einer großen Recherche dargelegt. Wir messen zu nahem Auspuff. In Oldenburg überhöhte Grenzwerte, obwohl die Straße gesperrt ist, sagt ja auch der SPD-Minister dort. In Hamburg erhöhte Emissionen trotz Fahrverboten. In Essen kommen wir sogar auf die Idee, an einer Autobahn zu messen. Auf diese Idee kommen wir nur in Deutschland. Deswegen sind wir wirklich die Messidioten Europas.